hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir dem torben und dem severanov und wir spielen auf dem map paluten 4x4 ich bin erstmal unter wasser und komme nicht mehr hoch ist nutella man ist in unserem team der hat nutella skin jetzt hat das spiel verlassen cooler typ auf jeden fall ist mal wieder der beste warum habe ich eigentlich immer wenn ich im team die verlassen das verstehe ich nicht so entschuldigung okay wir müssen uns weiter in die mitte bauen zu runoff nehmen spitzhacke mit russian direkt zum ersten team und ich brauche neue glöcke ich habe nur 15 zehn neun acht sieben sechs ok ja ich brauche immer noch neue ach guck mal gott sein aber in sieben und also der runoff kann sich wieder nicht verlassen aber der gute alte simon spielt schon jahrelang badwars ist gut dabei so jetzt jetzt komme ich hier nicht mehr hoch ich brauche mit den blöcke so war noch bitte so war noch kommen die bitte 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 blöcke 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 schnell 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 ja ich weiß dass du mir gegeben hast aber du musst jetzt ganz ganz schnell mit neuen blöcken in die mitte kommen sonst sind wir gleich am arsch weil ich habe gerade sehr sehr viel gold so war noch so war noch wo bleibst du bitte nein so war noch so war noch komm ganz schnell so war noch bau dann blocken damit ich da hoch kann nein so war noch ich habe zehn gold nein bau dann blocken bau dann blocken schnell 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 ja perfekt nein nein ich wurde runtergekickt nein das hat zu lange gedauert ich bin enttäuscht von dir ja weißt du hast du hast auch noch geschafft das ist richtig unverschämt ja schön dass mir die blöcke hin wird jetzt kann ich sie auch nicht mehr gebrauchen weißt du es ist es aus so wer hat hier diese komischen säulen hingebaut severanov da hat sich umgebracht richtig so ich hoffe du hast die wenigstens alle noch gekickt die hinter uns her waren sonst werde ich noch enttäuschter von dir egal macht ja nichts ich habe mal kurz sechs angemacht und habe uns vier gold geholt also alles im grünen bereich wollen wir mal kurz kratzen ok ich habe einen bogen mit einem pfeil und ich habe die beste chest plate also ich passe ein bisschen vielleicht auf die base auf so baue das brett ein die ist das so wie ich es auch schon letzte runde gemacht habe nur dass ich da keine team kameraden hatte ja ja und da bist du tot willst du nicht vielleicht mein bett kaputt machen gehen und jetzt schreibt nicht ich habe es versucht ich habe einen bogen alter ich kann nicht röschen es wäre richtig traurig wenn wir den bogen verlieren würden ich baue unser bett ein und so machte keine gedanken ich bin auch zu etwas zunutze außer zu raschen hups erstmal ein paar lags ja siehste die anderen machen das nämlich für mich wir hätten unser bett so hässlich eingebaut finde ich nicht in ordnung und wen auch immer ähm ja finde ich nicht in ordnung das muss man schöner machen achso bitte schreibt wenn jemand jetzt kommt aber ich kann gerade nicht so richtig warum kann ich den block nicht abbauen danke ähm severanov geh mal auf das bett von team blau bitte weil es sind nicht mehr so viele betten da ist auf jeden fall stark ne moment wir sind team blau ich bin so inkompetent egal jetzt ist gar kein bett mehr da ja severanov was machen wir denn jetzt ist ja langweilig kann ich mir bitte erklären was wir jetzt machen jetzt ist das doch gar kein spiel mehr ah ja guck mal wie sie hier alle mit bögen stehen und so moment kriechen moment moment severanov stopp 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 du hast gold ja bau also mach crafte ach das ist der blaue ich hab schon wieder auf einen von uns geschossen ich bin echt ein bisschen dumm kann das ja gut ne haha ich hab den kill von dem gesnackt so jetzt hat nur noch gelb spieler ja aber mir geht das ein bisschen zu schnell lass mal ein bisschen raus zögern ok ok machen wir moment welches team ist das hier überhaupt das ist team rot das ist team grün das ist team gelb aber die scheinen anscheinend bei team grün zu sein ok ok was machen die da haben die das so ein bisschen eingenommen pass mal auf die gelbe base aus severanov ich wette da lebt auch noch einer und der rennt gleich naja siehst du jetzt pohlt er sich nämlich zurück siehst du was hab ich dir gesagt so ich hole mir erstmal neues gold ne weil ich muss mir was leisten so der simon gratz ist tot warum macht der auch sowas der hat einen schönen bogen aber der severanov hat den sayo getötet war es wenigstens im nahkampf oder war er im fernkampf schreibt mal bitte genau jetzt na ok sehr gut sehr gut severanov da rennt gerade der ach alter was ist das denn bitte für was sind was habe ich immer für teams ja also jetzt ohne mich beschweren zu wollen also wir haben gewonnen aber ich meine er hat nichts daran geleistet ich auch nicht muss ich ehrlich sein aber warum leften die denn alle immer was ist denn los mit denen lass op equippen im moment wir sind bei sieben minuten hm sollen wir es einfach zu ende bringen ja komm lass zu ende bringen und danach noch eine folge aufnehmen aber pass auf dass ihr uns jetzt nicht beide wegsnackt ok der hat einen bogen oder bin ich mir ziemlich sicher ich habe den einen hit mitgegeben ok hat einen bogen aber juckt mich nicht er macht bow spam was ist das alter hier oh danke da war die ganze zeit du darfst den block water die nicht zerstören war ein bisschen ärgerlich so gg ähm das war im gegensatz zu der letzten runde eine schöne runde ja siehst du sobald ich wieder einen dabei habe gewinnen wird das auch locker gewonnen und ähm jo es haben wieder zwei geläftet will ich nur mal kurz so nebenbei anmerken aber egal leute wenn es euch gefallen hat lasst eine positive Wertung da ähm abonniert um nichts zu verpassen wir sehen uns nächstes mal wieder haut da rein und ciao ciao